Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute ein Muster für euch vorbereitet, weil der Winter ist noch nicht vorbei. Denk nicht, dass der Winter ist vorbei und du brauchst keine dicken Sachen mehr stricken. Ich habe, da würdest du lachen, ich habe das Bündchen, habe ich Anfang Dezember hier eingeschlagen für weiße Mütze wieder. Und erst gestern habe ich das ausprobiert mit diesem Muster zu stricken. Ich finde, das wäre ganz toll. Das sieht nach einem Rapport in der Höhe, sieht das sehr gut aus mit diesem kleinen Ajour hier. Also, wie du siehst, du kannst das auch in Runden stricken. Ich habe hier das mit zwei Stricknadel gestrickt. Entschuldigung. Aua, aua, aua. Mit zwei Stricknadel gestrickt. Und so würde ich das auch jetzt mit euch stricken. Ich muss sie beruhigen, glaube ich. Ne, ist sie ruhig jetzt. Das macht sie immer. Nichts Schlimmes. Wir haben hier auf der Skizze zu sehen. Da siehst du auf der Skizze schon die von euch, die ja keine Anfänger sind, sehen, dass das nicht schwer ist. Wir haben die linken Maschen. Wir haben Umschläge. Im Blau haben wir die rechten Maschen. Maschen überzogen. Zwei zusammen. Das heißt, die biegen sich nach links und zwei Maschen zusammen. Die Masche biegt sich dann nach rechts. Die geraden Reihen strecken wir so, wie die Maschen erscheinen. Wir haben hier, ich habe vergessen, das hier zu zeichnen, aber wir haben hier für die Symmetrie linke Maschen. Die linken Maschen strickst du nur, wenn du mit zwei Stricknadel strickst. Das heißt, die Maschen hier strickst du für die Symmetrie nur mit zwei. Also, wir haben Maschenzahl teilbar durch 23 plus drei Maschen nach dem Rapport plus zwei Maschen als Randmaschen. Wenn du jetzt in Runden strickst, so wie ich hier, dann hast du keine Maschen für die Symmetrie und keine Randmaschen. Also, du musst nur Maschenzahl teilbar 23 haben. Nach oben haben wir zehn Reihen oder zehn Runden. Die geraden Reihen und die geraden Runden, das ist egal, strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Also, wenn die in Reihen hast du hier, strickst du mit zwei Stricknadel. Linke Maschen erscheinen die hier als rechte. Das alles strickst du in geradenen Reihen nach links, auch die Umschläge. Wenn du in Runden strickst, strickst du in zweiter Runde die Maschen hier als linke. Hier strickst du rechts von vorne, rechts, rechts, links, links und so weiter. Das ist sehr, sehr einfach. Und das, was mehr brauche ich euch nicht sagen. Wir können anfangen zu stricken. Wir stricken heute, wie gesagt, mit zwei Stricknadel. Die erste Reihe, da haben wir als erste die Randmasche. Dann kommen drei linke Maschen. Eine, zweite und die dritte. Ganz normale linke Maschen. Vergiss die Umschläge nicht. Nach den drei linken Maschen ist ein Umschlag. Dann haben wir vier Maschen im Blau, die wir nach rechts stricken. Dann eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Wir haben aus zwei Maschen eine gestrickt, wo die Masche, die hier, oder das Zöpfchen, was hier entstanden ist, biegt sich in die linke Richtung. Danach haben wir acht Maschen, die wir nach links stricken. Eine, zweite, die erscheinen hier als rechte Maschen, aber das macht nichts. Das war, das ist deswegen, weil du die letzte Reihe links gestrickt hast. Und deswegen entstehen hier rechte Maschen, aber wir fangen an mit dem zweiten Rapport nach oben und müssen hier laut Skizze acht Maschen links stricken. Zwei, vier, sechs, sieben und die achte. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss die zwei Maschen drehen erstmal und jetzt von vorne steche ich meine rechte Stricknadel unter den zwei, warte, die Schärfe, so. Unter den zwei Maschen, wie du siehst hier die rechte Stricknadel, hole den Faden und damit mache ich zwei Maschen zusammen. Und das Zöpfchen, was entstanden ist aus den zwei Maschen, biegt sich jetzt diesmal nach rechts. Dann kommen vier Maschen rechts. Und ein Umschlag, nicht vergessen. Du fängst wieder von der ersten Masche, wenn du mehrere Rapports strickst. Bei mir sind die drei Maschen nach links, die ich nach dem Rapport stricke. Die hast du nicht, wenn du in Runden strickst. Auch die Randmaschen hast du nicht in Runden. Dann wendest du die Arbeit und strickst die zweite Reihe oder die zweite Runde, so wie die Maschen erscheinen. Wir haben jetzt die dritte Reihe oder dritte Runde, wenn du in Runden strickst. Die Randmasche, die drei Maschen links, dann kommt eine rechte Masche, ein Umschlag und vier Maschen, die wir nach rechts stricken. Eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und dann die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Jetzt haben wir sechs Maschen, die wir nach links stricken. Vierte, fünfte und die sechste. Hier erscheint uns eine linke Masche und eine rechte. Die zwei Maschen müssen wir jetzt zusammen nach rechts stricken. Ich muss die linke jetzt drehen, weil die hintere Wand muss vorne werden. Dann schiebe ich meine rechte Stricknadel unter den zwei Maschen, hole den Faden und damit mache ich zwei Maschen zusammen. Dann stricke ich vier Maschen rechts, ein Umschlag und eine rechte Masche. Du kannst jetzt weiter deine Rapport stricken. Bei mir sind schon die drei Maschen nach links, die ich nach dem ersten Rapport, weil ich stricke nur ein Rapport mit euch, und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die vierte Reihe strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Wir haben jetzt die fünfte Reihe, die Randmasche. Dann kommen drei Maschen, die wir nach links stricken, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, vier rechte Maschen. Dann müssen wir eine Masche heben, die andere Masche stricken. Die stricke ich von vorne, weil die erscheint mir hier als linke Masche. Also stricke ich die von vorne und dann die nicht gestrickte ziehst du über die gestrickte und machst zwei Maschen zusammen überzogen. Dann haben wir vier Maschen, die wir nach links stricken. Zweite, dritte und die vierte. Und dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen hier. Das heißt, bei mir ist hier erscheint, bei dir muss natürlich auch hier linke Masche erscheinen. Ich drehe die so, dass die Hinterwand vorne ist. Jetzt schiebe ich die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen, hole den Faden und mache zwei Maschen zusammen. Und die Masche biegt sich hier nach rechts. Dann kommen vier Maschen nach rechts. Da sind die im Blau. Und dann im Grün haben wir einen Umschlag und zwei rechte Maschen. Und bei mir sind schon die drei Maschen nach links. Das sind die Maschen für die Symmetrie. Und die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war jetzt die fünfte Reihe. Siebte Reihe, Randmasche. Drei Maschen links. Die dritte. Danach haben wir drei Maschen, die wir nach rechts stricken. Eine zweite und die dritte. Im grün haben wir einen Umschlag und vier Maschen rechts. Und die vierte. Dann eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen links. Und zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts jetzt biegen. Das heißt, ich muss die hintere Wand nach vorne. Und jetzt schiebe ich die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen von vorne. Hole den Faden und mache zwei Maschen zusammen. Dann kommen vier rechte Maschen. Dritte und die vierte. Ein Umschlag und drei Maschen rechts. Und das Ganze wiederholst du die Rapports so oft, wie du für dein Projekt brauchst. Ich stricke nur ein Rapport. Also habe ich jetzt hier für die Symmetrie drei linke Maschen und die Randmasche. Die neunte Reihe Randmasche. Drei Maschen links. Die erste, zweite und die dritte. Danach haben wir vier Maschen rechts. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher zu euch kommen, weil ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Dann haben wir die, nach den drei linken Maschen, haben wir vier Maschen nach rechts. Zweite, dritte und die vierte. Dann kommt ein Umschlag und wieder vier Maschen rechts. Dann zwei Maschen zusammen überzogen. Eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen zusammen nach rechts. Also von vorne vier rechte Maschen, ein Umschlag und vier nach rechts. Und nach den vier rechten Maschen wiederholst du wieder so oft so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Bei mir sind schon die drei Maschen nach dem Rapport für die Symmetrie und die Randmasche. Das war jetzt die neunte Reihe. So sieht das aus. Das ist ganz, ja, ziemlich große Muster. Wenn euch das gefällt, kannst du natürlich die Skizze dir abschreiben. Und, ja, ich habe hier, wie du siehst, extra die drei Maschen gemacht. Das sind die linken Maschen. Für das Foto mache ich die, zeichne ich die natürlich hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.